Hallo und willkommen zu meinem neuen Produktvorstellungsvideo, in dem ich euch mal einen Trick zeigen werde. Naja, war gar nicht so spektakulär. Ihr habt richtig fleißig bei Gearbest bestellt, nachdem ich den 3D-Drucker vorgestellt habe. Videobeschreibung irgendwo da oben. Daraufhin habe ich so eine Liste von Gearbest gekriegt mit Dingen, die ich mir aussuchen kann und die ich gratis geschickt kriege und dann testen kann. Und das habe ich gemacht. Und eines ist nicht diese Stange hier, denn diese Stange ist Lötzinn. Ich habe mir eine Stange Lötzinn bestellt neulich, um das Teil zu testen, das ich euch gleich zeige. Und ja, natürlich verbleibt, weil ich will mich nicht plagen mit dem, was ich euch gleich zeige. Und ich hatte auch noch nie den Lötzinn in Stange, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ganz früher mal, wo ich angefangen habe, löten zu lernen, da hatte ich sowas mal, weil da habe ich ja Dachrinne gelötet. Und von dem her hatte ich schon mal sowas in der Hand, aber ich kann mich nicht erinnern, ist zu lange. Ich habe mir einen Teil ausgesucht und zwar einen Solder-Pod. Sieht ziemlich witzig aus, kostet gar nicht mal viel, ich glaube es um die 30 Euro, so plus minus. Und ich habe relativ oft das Problem, dass ich irgendwelche Kabel verzinnen muss, dass ich gerade so vorne eben die Adern verzinnen will und so. Und da plagt man sich halt schon, wenn das jetzt mehr Kabel sind, dann muss man immer mit dem Lötkolben. Und es ist einfach mühsam. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich schon gratis kriege, stelle ich mir das einfach. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal im Stream an, denn ich glaube, dass das ein ziemlich cooles Teil ist. Und das werden wir nachher auch testen, auch mal die Temperatur messen und mal gucken, wie gut die Temperatur hält und ob man die eigentlich auch einstellen kann. Also das Drehrädchen geht von low bis high, also man kann die Temperatur von wenig bis viel einstellen. Wird spannend werden, es gibt eine Anleitung, interessiert keinen. Und hier haben wir den Solder-Port. Ich freue mich richtig drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich richtig, das Teil zu testen, denn ich habe mir eigentlich schon lange mal so ein Teil holen wollen, weil ich es einfach total praktisch finde, eben wie gesagt, gerade zum Kabel verzinnen. Und da brauchen wir eben so einen Stangenlot. Man könnte natürlich auch jetzt hier Lötzin abrollen und da reinschmeißen, aber A hat man dann ehlendlich viel Dreck drin vom Flussmittel und B ist es einfach viel zu teuer, weil so eine Stange kostet ein paar Euro. Die klopft man dann da rein und das andere kostet 10 Euro, eine kleine Rolle und dann ist die halbe weg. Und das wäre schade. Und damit das Video auch spannend wird, haben die Chinesen sich alle Mühe gegeben, denn wir haben hier einen, naja, also ich habe keine solche Stecktose, ich weiß nicht, ist das England oder was ist denn das? Die haben mir scheinbar das falsche Kabel geliefert. Oder ich habe nicht genau geguckt bei der Liste und hätte irgendwie noch ein Dropdown-Menü, irgendwie einen Stecker auswählen. Wissen egal. Dann haben wir noch nachher gleich was zu tun, können wir Kabel tauschen, ich gucke mal, ich schraube mal auf, machen wir ja eh sowieso, ich schraube mal auf, gucke was drin ist, vielleicht können wir das Kabel direkt hier drin tauschen, sonst zwicken wir es ab und machen einen neuen Stecker drauf. Bin mir jetzt schmerzfrei. Das Teil selber sieht schon mal echt schick aus. Also hier das Drehrädchen, muss ich sagen, also von low bis high. Hier steht eine Temperatur drunter, 100 Grad bis circa 600 Grad. 600 Grad ist eine Ansage, da kann man auch mal ein Fondue machen damit, ein schönes, ne? Ein bisschen Öl rein, aber halt bevor man Blei reingibt, wäre gut. Ein Ausschalter, wahrscheinlich ein einphasiger Ein-Ausschalter, gefällt mir jetzt nicht so ganz. Und der Stecker hier steht drauf, 250 Volt, also wir haben Glück, ist jetzt eine 110 Volt Variante wert, dann hätten wir eher ein Problem, aber hier steht 250 Volt drauf, das heißt 10 Ampere. Und er hat einen Erdungsanschluss, auch nochmal, das heißt, dieses Metallgehäuse ist wahrscheinlich auch geerdet, was zwecks mich selbst umbringen von Vorteil sein könnte. Ja, dann würde ich mal sagen, wechsle ich die Kameraperspektive, wir schrauben das Ding mal auf und schauen uns an, ob wir das Kabel getauscht kriegen. Also die Montage der Platine ist, sagen wir mal, abenteuerlich. Sie hält einzig und allein am Potti. Damit kann ich leben, der Tiegel ist der nicht extremen Vibrationen ausgesetzt oder so. Hier ist scheinbar löblicherweise eine Schmelzsicherung verbaut. Der Rest der Platine ist überschaubar. Die Phase vom Netzkabel ist auf der Platine direkt mit der Sicherung verlötet. Um den Pott drumherum befindet sich das keramische Heizelement, welches mit Aluminium Silicate Heat Preservation Material gedämmt ist. Zum Heizer hin führen exakt genau zwei Kabel. Temperaturregeln ist also nicht. Ein genauer Blick auf die Platine lässt erkennen, dass sich dort ein BT137-800E befindet. Das ist ein Triag der Firma NXP, welcher sehr wahrscheinlich für eine Phasen-Anschnittssteuerung verwendet wird. Ich habe das Heizelement nachgemessen. Dieses hat ca. 320 Ohm. Das ergibt ungefähr 7 Ampere an Strom, der unter Volllast fließt. Der FED ist mit 8 Ampere Onstate Current, also eher sportlich dimensioniert. So, nun geht's ans Eingemachte. Ich habe nur ein Kabel mit Schmetterling-Stecker gefunden, der kann aber 15 Ampere ab, laut Beschriftung. Den Stecker schneide ich mit ein paar Zentimeter Reserve ab, damit ich diesen im Notfall auch noch irgendwo verbauen könnte. Die Erdungsklemme ist verschraubt. Da ich keine Quetschverbinder oder sowas ähnliches hier habe, schneide ich die auch ab, damit ich danach das Kabel dort anlöten kann. Die Netzleitungen lassen sich sehr einfach von der Platine und vom Schalter ablöten. Die Kabeldurchführung hat mich dann doch noch ein bisschen mehr Nerven gekostet. Das Kabel isoliere ich in etwa an der Stelle ab, an der das Original auch abisoliert war. Dazu benutze ich vorsichtig einen kleinen Seitenschneider, um die Isolierung der Leitungen innen nicht zu beschädigen. Diese isoliere ich jetzt ausnahmsweise mal wirklich professionell ab und verzinne die Enden mit einem Lötkolben. Löttegel habe ich ja noch keinen. Die Kabeldurchführung konnte wieder einfach auf das Kabel gesteckt und noch einfacher zurück ins Gehäuse geschoben werden. Jetzt nur noch schnell die Kabel anlöten und schon kann alles wieder zusammengebaut und endlich getestet werden. Das Lötzinn zwicke ich in kleinen Stücken direkt von der Stange in den Löttegel. So, das Ganze habe ich jetzt noch mal ein bisschen abkühlen lassen und starte das Ganze noch mal mit Timer, damit man auch sieht, wie lange das Aufheizen dauert. In circa dreieinhalb Minuten ist das Zinn komplett geschmolzen. Jetzt noch mal ein schnelles Video mit Temperaturmessung, weil es so unglaublich schön aussieht, wenn das Lötzinn schmilzt. Selbst bei geringer Heizleistung hält der Tiegel die Temperatur oben. Das Gehäuse wird zum Teil sehr warm, hier sollte man also sehr gut aufpassen, um sich nicht die Finger zu verbrennen. So, nun zum Test. Ich nehme dafür das Original-Netzkabel, isoliere es ab und stecke es in das flüssige Lot. Wie man hier sehen kann, ist das Kabel überhaupt nicht schön verlötet. Woran liegt das jetzt? Klar, am fehlenden Flussmittel, von dem ich immer predige. Ich träufle also Flussmittel auf die Litze und stecke sie erneut ins Lötbad. Jetzt sieht man, dass das Kabel perfekt verlötet ist. Nun zur Königsklasse, dem Flachbandkabel. Ich isoliere alle Litzen ab, tränke sie mit Flussmittel und stecke sie ins Lötzinn. Auch hier sind wieder alle Litzen schön verlötet und es gibt keine Kutschlüsse zwischen den einzelnen Leitern. So, abschließend noch ein paar Worte zu dem Löt-Tiegel. Ich habe nochmal nachgeguckt, das Ding kostet so knapp über 20 Euro bei Gearbest, inklusive Fassaden, also die haben da irgendwie, warum auch immer, Free Shipping drauf. Und ich muss sagen, es ist schon echt brutal günstig, weil es ist ein Metallgehäuse und so weiter, da ist ein Heizer drin. Es ist schon okay. Ich habe aber auch nochmal nachgeguckt, ich habe jetzt keine Variante gefunden, bei der ein normaler Stromstecker dran ist. Ich sage mal so, wenn jemand einen Löt-Tiegel kauft, dann hat er wahrscheinlich schon so ein bisschen Löt-Erfahrung, denke ich mal. Sonst kauft er keinen Löt-Tiegel, weil er will, was auch immer damit machen. Außer macht Fondue, wie gesagt, dann hat er ein Problem. Und wenn jemand Löt-Erfahrung hat, kann er das Kabel auch tauschen. Ich meine, so ein Kaltgerätekabel hat jeder daheim rumliegen. Zwickt man ab, blötet es dran, fertig. Wenn jemand sagt, gefährlich, Strom 230, tot, verderben, dann gibt es sicher auch Adapterstecker, wahrscheinlich für 27 Dollar Cent bei Gearbest, was auch immer. Und dem her finde ich es an sich ganz cool. Das Teil ist echt witzig, also gerade zum Kabel verzinnen. Einen Hinweis muss ich euch geben, falls ihr das kauft und da Löt-Sinn drin ist. Wenn ihr das einschaltet, wird es ja heiß. Ist ja ein Löt-Tiegel. Wenn ihr das ausschaltet, ist das Ding nicht sofort kalt. Also scheinbar hat Blei oder generell Löt-Sinn, wenn es bleifrei wäre, so eine gewisse Wärmemenge, die es speichern kann. Das heißt, es bleibt relativ lang flüssig. Wenn man es rumträgt, dann muss man sich doch so ein bisschen vorsichtig verhalten, weil es ist schon sehr flüssig und es schwappt dann über. Nicht, dass mir das jetzt passiert wäre, aber es schwappt dann hier so über die Kante über und läuft dann da unten auf diese Auffangwanne drauf, die es wahrscheinlich genau für so Leute wie mich gemacht haben. Kann man aber wieder schön rückstandsfrei und so entfernen. Also geht echt gut. Und wie gesagt, Link von dem Ganzen unten in der Videobeschreibung mit Affiliate zu Gearbest, damit ich da Provision, Blah und Provision ist mir ja egal, aber damit ich vielleicht wieder mal irgendwelche coolen Dinge von Gearbest kriege, was ich ja auch schon habe. Ich habe mir ja zwei Dinge aussuchen dürfen. Das war jetzt das Erste. Und das Zweite wird dann in den nächsten Wochen am Samstag kommen, zum samstäglichen 12 Uhr Video. Da könnt ihr schon mal gespannt sein, was das ist. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Der Karton steht da drüben. Ich freue mich schon ganz, ganz, ganz toll drauf. Gut, dann vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.